Wer auf seine Gesundheit achtet, braucht auf Käse nicht zu verzichten. Calcium ist gut für die Knochen. Eiweiß ist gut für die Muskulatur. Und der Geschmack ist gut für dich. Mal würzig, mal mild, mal säuerlich, mal fruchtig. Hauptsache aus bester Milch. Für deinen Genuss. Wieder vital. Aus dem Hause von Kars. Natürlich Bio.